so niederlande gegen norwegen sagen wir mal so ich sage mal ein was sie ein zwischen mir und flora und in welcher gruppe das gepostet ich dachte dass das im forum gepostet wurde oder das ein form geschehen okay und ja ich kann es dir mal dann schreiben forum die norwegen wurden abgeschlossen von den belgern gegen bulgarien okay 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 Eure. Dacht er, der geht sich aus. Der ist schön vorbeigegangen, meinst du? Und ich hebe ab. Ah, lass es doch nicht spielen. Ich bin gespannt, wie Deutschland heute spielt. Ich bin gespannt, wie Deutschland heute spielt. Na gut, gegen Ungarn. Ich weiß, ob die Franzosen auf schonen setzen oder trotzdem noch auf Vorgast. Nielsen, der war entzwasch, dass er da reinkommt. Ich glaube, der ist auf ihn drauf noch. Ah, nein? Okay. Stark. Gut, eigentlich müssen sie noch zeigen, was für eine Macht sie sind. Sie haben zwar gewonnen, aber ja. Ja. Ganz wichtig. Ja, in der Komo-Faser auch. Jee. Ja, Norwegen führt es jetzt hier durch Nilsnay auch einen norwegischen Stürmer, der immer gespielt hat bei Norwegen. Ja. Da kann man sagen. Ja. Mit den Jungs da, Haaland jetzt da vorne. Ja. Auch diese beiden Nationen. Einige Spieler, die Champions League spielen, einige, die auch schon einen Titel haben. Ja, er weiß es, wie es ist. Schon ziemlich lang her. Das ist die Richtung. Na, noch mal. Ja, das muss da unten sein. Ich weiß es, was ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber, das wird hier sind. Da wird das eine ganze Zeit für die어, die älte, die das, die Gäste, der Die Gäste ist es. Ödegaard. Ja, zu leicht machen es die Holländer da den Norwegen und da richtig gute Chance, wieder. Das gibt es ja nicht. Es ist wieder Nielsen, der sich da hoch setzt. Wie wird Dominik sagen, ich gehe gleich mit. Nielsen. Der nicht, schauen wir, ob er noch spielt. Noch nicht, empfiehlt er mir sicher mal sehr. Oh, da lass dich drüber fallen. Dann kann sich nicht entscheiden, in welchen Urlaub er fährt, Strand oder doch Berg. Ja, vier Chancen in der Regale, viel gemacht, unglaublich eigentlich. Sie sind einfach effizient. Und sie spielen sie nicht wirklich stark. Also sie spielen schon stark, aber sie spielen es mehr effizient wie stark. Also da waren genauso gefährlich die zwei Chancen von den Holländern gleich zu beginnen. Und bislang Haaland, einer sitzt bis jetzt aufgezeigt, aber auch sonst bei Norwegen am Platz. Oh, ja da. Was ist mit den Holländern los? Entschuldigung, Bulgarien, ein bisschen blamiert. Was ist mit den Holländer los? 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 Was ist mit der Holländer? Was ist mit den Holländer los? Geht da jetzt noch mehr? Was könnte das gewesen sein? Oh, schade. Wow. Wow. ! 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 ein Warzone-Turnier. Oder was meinst du? Was für ein Turnier spielen wir Sonntag, möchte mich ihr wissen. Best of Three. Best of Three, okay. Best of Three. Oida. Oida. einfach gar nicht lange von sieben bis neun also zwei stunden schon ja man sieht sie haben die qualität umsetzen müssen sie es nur ja eben auch die chancen habe den overall 4 verwandelt man da zwar steht schon 33 also für die 4,5 Motiviert bin ich immer, Michi, motiviert bin ich immer Nein Ja, das wars Puh, wir mussten dann doch noch mehr Zitternas gedacht Aber danke, Emi, hier, Nielsen Ja, natürlich geht er für Linierlande, die müssen jetzt gegen Belgien liefern